Das Buch ist das Fotobuch, ein Restlismatt. Die Grafik hat Niklas Draxler von Willisau gemacht. Ich begleite ein Jahr lang das Leben des Dorfes. Die Luftaufnahme mit der Drohne. Die Einführung des Ehrenbürgers Hugo Lötzscher. Der Text. Ein sehr schöner Text von Linus Schöpfer. Das EG Dorfleben. Land, Theater, Fasnacht, Dorffest, Musik, Winter. Und eben auch ein bisschen Schule. Wirtschaftskontrast. Der Superkach dort oben. Stefan Wiesner ist auch drin. Berühmte Schnapsbrunnen. Und mein Lieblingstil. Der ist das Matter Portreterie. Zusammen mit der Hilfe von Godi Studer fotografiert. Mit dem Gemeindepräsident. Der hat mich assistiert. Tradition und Zukunft. Und ein bisschen historisches haben wir auch. Einmal das ganze Dorf wird gezeigt. Äschlismatt. Kann man bei uns im Shop haben. Oder in Äschlismatt kaufen. Schöster Julian Wien 198. Bis zum nächsten Mal. JEFF!